Sascha. Wo gehen wir hin? Wir bleiben schon wieder hier am Tag stehen? Ja. Wir machen sogar die Tür zu. Wir haben nicht auch die offene Tür. Wenn der Chris nicht abhauen kann, kann er auch nicht nicht heilen. Nicht nicht heilen, warte. Was war das jetzt? Doppelte Benichtung. Also dann heil ich ja wieder. Du weißt, was ich meine. Jetzt stecken wir hier drin fest und sind gefickt. Du hast nie volles Helft. Ja, weil du mich nicht heilst. Ja, du kannst dich selber heilen. Wozu habe ich dich dann? Ich bin ja nicht dein privater Heiler. Doch. Das ist nicht ganz richtig. Eigentlich ist er mein privater Heiler. Genau. Wenn er mit mir spielt, ist er auch meiner. Abgesehen von seinen anderen Pflichten. Ich bin gerne mit dir. Aber... Dich habe ich ja nur in so einem Penner AMS Kurs kennengelernt. Ja. Du Asi. Du warst auch dort. Du warst sogar länger dort. Dich haben sie viel länger dort behalten. Mit deiner Karriere als Webdesigner. Blended. Ähm... Vorheilung. Warte. Was brauchst du? Ich habe es nicht verstanden. Hört man mich? Ja. Ja, ja. Ich habe jetzt die Urbane. Weißt du, wie ihr mich total verwirren könnt, wenn ich was sage und die Antwort jetzt einfach misst? Hast du was gehört? Ich höre mir nichts. Sascha? You are dying, my friend. Was? Oh ja, richtig. Ah ja, wirklich. Ihr seid jetzt die Urchillige Spieler, so könnte ich nie spielen. Wir sind voll relaxed. Das macht ja keinen Spaß. Das macht ja keinen Spaß. Wir sind eiskalte Profis sozusagen. Ich spiel damit dich auszupkeln. Ich spiel damit dich auszupkeln. Ich spiel damit dich auszupkeln. Okay, Alter. Seh dir mal vor. Dich als Frau. Ich würde persönlich meinen Fimmel abschneiden und auf den Fenster werfen. Ja, ich habe... Was? Was? Was wolltest du sagen? Ich habe gesagt, ich würde freiwillig meinen Fimmel abschneiden. Irgendwas lässt er sich abschneiden. Achso. Ist das dein Scheißernst, Christian? Ich hab nicht mehr. 100? Na warte, dann verkauf ich was. Ja, Christian. Na warte. Warte. Bleib stehen. Nein, so viel geht es hier nicht aus. Ich kaufe 500. Das 500. Das 500. Jetzt... Kauft es. Ach, dankeschön. Bitteschön. Du machst mich so glücklich. Hoffentlich. Ich habe jetzt gar nichts. Du musst mich beschützen. Loll. Eine Pistole. Alles verkauft. Ja? Das ist irgendwie das falsche Ende. Mann, das ist schon das Richtige. Die werden nicht vergewaltigen. Wo wollt ihr hin, Leute? Ja, schau mal. Er steckt zwischen zwei Räumen. Ja. Ja. Ich? Ja, dann... Da kommt ein Flashboard rein. Das wird lustig zum Zuschauen. Los, mach ihn fertig. Ich muss die Tür noch besser zu. Ich sage, er schafft es nicht. Natürlich schafft er. Er gehört zu meiner Clan, Alter. Das ist dann klein. Ich bin klein. Sicher. Wir sind die... ähm... Zillertaler Spitzenbuben. Gut, da will ich kein Mitglied sein. Tut mir leid. Und zwar hat ihn getötet, oder? Du hast Grieche. Jetzt hast du keine Chance. Ich habe keine Chance. Warum? Du bist Grieche, Mann. Ich bin Grieche? Oder Franzose. Irgendwas. Was? Was? Was bin ich? Ich bin doch kein scheiss Franzose. Ich bin doch kein scheiss Franzose. Das stimmt, du bist Freier. Ich bin gar kein Deutsch, Al. Ich bin gar kein Deutsch. Ich bin gar kein Deutsch. Redest du Deutsch. Boah ey. Alter! Ich frag mich ja, warum wir dauernd in Räumen sein müssen, wo die Zombies aus 360 Grad kommen. Die haben keine Ahnung, wie man das spielt. Damit ihr zwei mehr brüllen könnt. Ich kann das auch in einem ganz kleinen Raum, wo sie nur von einer Seite kommen. Ah, okay. Na, tut alle. Kann immer brüllen, ja. Möchtest du mit meiner Death Metal einbringen können? Unbedingt. Mit Zombies. Als Motivation. Schieß ihn nieder, schieß ihn nieder, schieß ihn nieder. Ich schieß ihn nieder, ganz ruhig. Danke schön. Mann, Alter, du machst mich ganz fertig so unentspannt, wie du bist. Ich hätte dir vor, Sascha, wir würden so DayZ spielen. Ich will mir Spaß machen. Ich schrei? Holt euch DayZ. Sicher nicht. Sicher nicht. Warum nicht? Gangverschwendung. Ich hab den Motor den ersten Tag gespielt. Ich hab den Motor den ersten Tag gespielt. Ich rede vom Standalone. Abgesehen davon spielst du nur langweilige Spieler. Ich hab den Motor den ersten Tag gespielt. Ich hab den Motor den ersten Tag gespielt. Ich? In Krise brauchst du Geld? Ja. Ja. Man kriegst ja das Verlass. Mehr hab ich nicht. Ich bin mit allen zu flügeln. Ich bin mit allen zu flügeln. Ich hab ihn kein verstanden. Ich hab ihn mit allen zu flügeln. Dann kriegst du die Spitze. Danke. Ich hoffe für dich es ist Heroin. Mit dem? Wie geil ist das? Jo, ich fand es mal nervös. Ich bin mit Dem. Ich hab den. also Facebook ob ich euch da schon mal gesagt du hast in Facebook gegangen was? ja sicher arbeite ja auch was hat das mit arbeiten zu tun? ich hab's mit der Firma und so aber die leute verstehen es nicht du hast eine business und eine persönliche seite und die ganzen vollposten endlich auf der persönlichen seite die wollen halt deine persönlichen dinge wissen ja nur dass ich überhaupt nichts poste oder so was außer die nacktbilder von dir aber um boah die schwingen zehn meter weit auf meinem bildschirm ach so ja ich bin schon ich bin schon ich bin schon wo ist er denn erst bewegt dich nicht so viel ja wenn ich mich verklickt habe entschuldigt ja du Arschloch die kannst du nur brauchst du Geld nein nein oh ja eigentlich schon mehr habe ich nicht ja was soll ich jetzt machen geht schon Dankeschön Sascha verteilt Kohle stell mich im Strahl gehen wir da rauf da waren wir schon einmal jetzt habe ich gar nichts mehr du brauchst eh überhaupt kein Geld gell nicht viel nicht viel ich weiß ja wo steckst du ich bin rechts ich bin jetzt ein kleiner Scheiße ähm die Regeln bei uns sind so wenn jemand was isst muss er ihn teilen ok speziell wenn es süßzeug ist oder jimms ja es ist süßzeug ja es ist süßzeug ja es ist süßzeug ja es ist süßzeug schieb mal rüber man ich schicke dir ein Bild davon ich schicke dir ein Bild davon ich schicke dir ein Bild davon das ist das Bild bei Stevas du sollst Du stresst mich immer, Alter. Du stresst mich. Hintecke, er haut auf dich. Was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht mehr machen als schießen und nachmassen und schießen und nachmassen und schießen. Dann halt doch die Fresse, Alter. Ich sage nur, dass du super machst. Lass mich in Ruhe, Alter. Du machst mich so aggressiv. Warum können wir nicht so normal reden miteinander wie die zwei? Die reden normal? Die reden halt gar nicht miteinander, aber wir reden dann ganz freundlich. Ganz freundlich. Aber ich glaube, das würde hier unpassend sein, was wir so zu sagen haben. Ich setze nämlich zwei Philosophen. Nein. Aber recht schwarzer Humor, würde ich sagen. Dann erzähl ich mal einen Bitz. Nein, das ist nicht unterhalb der Gürtelhebung. Das machen wir offiziell nicht. Es sind alle voll, Erik. Es sind alle voll, Erik. Von dem anderen weiß ich es, aber von dir. Achtung. Ich muss nachklagen. Ich schieße dir eine Hälte her. Ich schieße dir eine Hälte her. Alter. Ich kann es nicht da aus, Alter. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Alter. Du bist. Nimm meine Waffe. Nimm meine Waffe. Nimm meine Waffe. Geht das im zweiten Dance? Bitte nimm meine Waffe. Ich kann sie mir nicht mal leisten. Ah ja, sie ist da. Ja, wenn mich der ankotzt. Alter. Alter. Kotz mir den anderen an. Ich hab deine Waffe. Ich hab deine Waffe. Darf ich damit schießen? Ist mir scheißegal, Alter. Bitte, Alter. Du machst mich so aggressiv. Warum machst du mich so aggressiv? Oh Gott, das ist so ärgerlich. Wir sollten nicht mehr gemeinsam Computer spielen. Nein. Wir sollten mehr Computer spielen. Ich bin dafür, dass keiner von euch mehr spielt. Und dann tut mir nachher immer urleid. Ich weiß ja, wie du's meinst. Dann muss ich dir ein kleines Präsent geben. Also wieder gut machen. Wo ist meine Waffe? Wo bist du? Moment, Moment. Warte mal. Wieso kriegt ihr ein Präsent, obwohl wir euch beide aushalten müssen? Wie schmeiß ich's weg mit der Taste? Backspace. Christian, bitte geh mir die Waffe. Du hast sie schon. Danke. Jaha, entspann dich. Ganz cool. Ich bin cool. Okay, wir müssen gerne ein bisschen Geld haben. Im Kopf. Ich geb dir einfach mein Geld heute. Mein kleiner Freak. Willst du von mir, du Bastard? Danke. Piss dich! Lutsch meine Waffe. Keiner. Ich treffe jetzt. Du bist wie überhaupt den alten Knacker genommen. Ich bin ein Priester mit einem Knüppel. Oh, Alter. Oh, super. Ich hab nicht gewusst, dass wer kommt. Das ist so wie auf Sascha, dass er wieder gut ist. War nicht mal beabsichtigt. Wir sind Naturtalente, was das angeht. Der steht im Gas und dem passiert nichts. Ist ein Zauberer. Jetzt redet der Österreicher vom Gas. Bitte. Ich bin immun gegen Gas. Ich bin immun gegen Gas. Wieso nicht? Ich bin beim Krippieren. Oh, oh. Ich hasse den so. Ich hasse den so. Den hasse ich mehr als den Patriarchen. Und warum? Nein, nein, er hat, er hat, ja, ich lass mich sorgen, keine Sorge. Jetzt renn weg. Ja, entspricht dich, ich brauchst du keine Sorge machen. Wieso bin ich tot? Ja. Wieso? Nicht gut genug geheilt. Ja. Das ist die Strafe. Ich kann dich allazugleich heilen. Warum heißt er echt Chappi? Das ist doch ein Hundefütter. Ey, leck mich. Okay, jetzt wird's dann langsam ein bisschen kritisch. Hier geht's der einzige Kind, der gestorben ist, dann bin ich angefressen. Heilt sie, heilt sie, heilt sie, ich muss jetzt meine Aufgabe übernehmen. Jetzt hat mich ja eh keiner hier. Heilt sie! Heilt sie! Heilt sie! Heilt sie! Oh nein! Oh nein! Ich bin dead! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ist das euer Scheiße ernst? Das kann jetzt nur ein schlechter Scherz sein. Wo war's hier bitte? Der mit kleinen Hammer lebt. Der mit kleinen Hammer lebt. Das ist ja scheiße. Kann ich wieder nicht gut schlafen, wenn wir den nicht töten? Ja. Ich empfehle einen Tee vorm Schlaf. Das hilft. Ich geh jetzt mal schnell an den Rauchen, ja? Ich auch. Ich. Weiß nicht, wann rauchst du? Ich war Arsch. Das ist natürlich langweilig. Okay. Ich bin bereit. Okay. 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 Der mit Blakesch fällt. Warum lacht sie? Warum lacht sie? Warum lacht sie? Warum lacht sie? Der wollte scheinbar nicht den Chat. Nein, die hast du gesagt? Nein! Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn auf den längsten Himmel der Welt. Buchstäblich. Hast du geschrieben? Ich hab ihn geschrieben. Ja. Warum lügst du ihm? Und er hat gesagt, er würde ihn gerne umarmen. Wer? Ich geh mich nicht aus. Alter, drück einmal T, dafür ist das eh. Da steht... Da steht Doktor, der keine Arzt spielt. Genau. Morgen. Ach Gott, Krisy. Du bist so ein Träumer. Das macht nichts. Ich bin der Träumer. Du bist so ein Träumer. Du bist so ein Träumer. Ich bin der Träumer, dass du so ein Träumer. Gut gemacht Sascha. Gut gemacht. Der Obermaßmeister auf der Schweinefarm. Der ist voll herzsprünglich. Wie kann der kotzen, wenn der keinen Schiff mehr hat? Ja, der hat keinen Kopf und kann kotzen. Wie geht das? Weil die Kotze nicht unbedingt im Kopf entsteht, sondern weiter hoch. Ich weiß, bei manchen Leuten denkt man, dein Kopf ist voll mit Kotze, aber es ist nicht ganz. Wir haben eine Schrotflinthe. Ja, damit. Oh, Chrissy. Na, jetzt bist du langsam, der Dr. Müller. Na, oh, weiter. Was ist, wo du mehr weggehst? Ich weiche nicht mehr von deiner Seite. Ja, das ist schon wurscht. Da ist noch was. Ja, bist du sicher, dass es hier Gegner gibt? Da ist ne Weste. Da ist ne Weste. Oh. Ne, ich brauch keine Weste. Danke. Danke. Ja, toll, Leute. Und wir laden nach. Bitte und da. Ja, das ist schon wieder... Ja, ein Schuss, Alter. Ja, Zuck. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Sie sind so unkoordiniert, Christian. Ich weiß, ich weiß. Hinter uns. Bleibt am besten bei uns dran. Okay. Das ist doch die Weste, Schnapp. Aber ich wollte. Ich bin nur gierig gewesen. Da ist ja so viel Geld. Kohle, Alter. Nutz die Pistole sowieso nicht. Hey Sascha, gib mir mal etwas Kohle, Mann. Dafür musst du aber auch was dran. Später. Später. Nö. Stampe. Schau, ich hör auf den Weiberhelden. Schau dir das an. Klugst du sie, Alter? Hey, wo bist du hin, Sascha? Kleiner Pädophilabastard Und Chrissita ist schlecht Nein, da ist... Da sind wir letztes Mal gestanden Da sind wir letztes Mal gestanden Und da war es nicht gut, weil sie Hier, 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 bitte Ja, ist in Ordnung Ich mach da runter Nein, ich hab mich anders entschieden Okay, na was jetzt Ja, passt Bist du ausgerutscht? Ja, ich bin so ein Stück von Ja, er sieht Nein, die kommen von da oben Nein, da Nein, hast du ihn? Geht schon Boah, der fliegt weg Boah, der fliegt weg Brauch noch Kohle Hab nix Ich hab das geschehen Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Unglaublich Gib mir mein Geld weiter Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Er hat... Er braucht einen Ja Was ist denn der Team, Christian? Nein, das war der andere Das war der Miss Dates Nein, das war der... Miss Dates kriegt dies Sascha ist ja Kriegt nix der Miss Dates Schau, 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 schau was Schau, 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 schau 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 Mann, was soll das? Wo kommt man das? Ja, es ist super als Mann Hinten, hinten Boah, wo? Der Amte Weißt du, es gibt dein persisches Sprichwort Das heißt, lass dir bloß keinen Hut aufsetzen Was ist das? Sascha, Hilfe Was tut du da? Ich komme schon klar Ich leide mir das nicht So, ihr müsst mir das jetzt weggehen Ich habe das mit dem Hut nicht mit Krippi bekommen Was war dein? 10 Sekunden Wasser Ja, nix Warum stehen noch Flüte? Ich habe es noch immer nicht verstanden Liegt aber an deinem Mikro, nicht an dem, dass ich es Ja, ja, mein Mikro, genau Hast du schon mal meine Eier von nahe gesehen? Zum Glück noch nie Zum Glück noch nie Ich weiß nicht Bist du angesoffen? Nein Nein Ja, besser wäre es aber für dich Wann klingt der Chris? Lustig Der ist ja Abstinenzler, oder? Keine Drogen, kein Alkohol Keine Drogen, kein Alkohol Christian, deine Weste hast du dann immer leisten können Nein Nein Ja, was sagst du nix? Ich weiß nicht Du hast die Sprache aufgeschlagen Oh Sascha ist dir aufgefallen? Die reden jetzt Ja Als wir gespielt haben, hatten die keiner nix gesagt Wieso bin ich allein? Wieso bin ich allein? Er ist da bei mir Er ist da bei mir Er kommt bei der Tür rein Nein 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 Wie gibt's das? Konzentrier dich nur auf's heilen, sonst nix Ich mache sowieso nichts zu schaden Sascha, bist du tot? Ja Nice work, man Seriously Ja, gut hast du mich gehalten, du Arschloch Ja, du rennst um die Ecke, du kannst nicht mal Christian? Ja Ich steh neben dir Was ist die Christian? Ich steh neben dir Ich steh neben dir Ich steh neben dir Ich steh neben dir Ich spiel das nicht mehr Nein, wir spiel das einfach nicht mehr Wir hätten zaubern sollen Wir hätten zaubern sollen Scheiße Wieso? Ja, wir hätten zaubern sollen Ja, du hast gesagt, wir spielen mit dem Künstler Ja Bei manchen Sachen hilft da nicht mehr die Kunde Aber es war unterhaltsam Ja Jetzt kenn ich dann bald alle Menschen, die du auch kennst Ziemlich viele Frage ist, willst du das? Das ist selbstverständlich Er könnte mich ziemlich dubiose gestalten Wie kann das sein, dass der Typ noch immer lebt? Obwohl er kein Arzt ist Jetzt ist er dumm Jetzt wissen wir Oh, Keine Frage Ja Ja Dann geht sowas von Rekt Und Kein einziges ist mein Brunnengebiet Was gibt es zu vergessen? Nicht den installieren Löschen Ja Ähm Wo ist mein Troutan? Hehehe Hey! Wo ist mein Troutan? Der hat so ein Blut rissen. Ja, das ist so jetzt ein Scherz. Wo ist der hingeflogen? Wo ist der hingeflogen? Hey, warte mal. Da hinten ist auch ne Spur. Man hat's voll zu fett. Das arme Elchweibchen liegt hier irgendwo kurz in den Büschen. Ja. Atme du schwer. Hat den Urdurst. Der hat so ein Blut rissen. Untertitelung des ZDF, 2020